hallo und willkommen zurück zu einer runde battlefield wieder mit kravitz hallo und auf der operation spinnt map ja voll egal der name locker locker ich habe einfach mal bei facebook und twitter den den server gepostet ob es was bringt weiß ich gar nicht und von wegen dass die leute versuchen soll mich zu messern ich meine jeder wird sich lesen hier ist glaube ich auch ein normaler drauf und das gute ist wir haben beide schrotflinten das heißt wenn die uns in messer range kommen können die gut weg weil ich habe noch nie eine schrotflinte gezockt im wohnen ich habe ein schuss gemacht impossible fast shot gay also du hast ihn umgemäht ja ja ich habe halt einmal so angehustet ja okay das ist ihm gegeben ja okay der kennt mich nicht da ist er doch ach guck mal er springt da hoch jetzt gibts nochmal ein teaback haha genau gibts ihm jaa eben doppelteaback haha okay selbst wenn keiner joint wir haben ja einen zum spiel haha sehr gut schau mal hast du rotpunkt visier äh ich habe gar kein visier ich weiß auch nicht wieso aber bei shotguns habe ich irgendwie nie ein visier ne ne weil hier grad so ein laser pointer war ich glaube das war von mega flow ne den habe ich auch drauf no my girlfriend is a hot mexican haha ne ist er am schreiben oder was ja ja erzählen wir mehr von zu hause mexikain so wird das geschrieben ladyboy haha was ist er denn ist er noch da haha so ist auch da schon draußen ach guck mal jetzt kommen leute auch drauf sehr gut ja gut das laden dauert natürlich auch immer ne runde ja wir müssen den feed auch erstmal sehen und sowas alles ne ja genau ja jetzt sind aber schon ein paar drauf oha jetzt habe ich einen gefunden wie der da rum rum äh crouched oh nein oh fuck king scouter ey der hat jetzt alle geholt was war da geschrieben hallo ja wo sind die denn close is a small one so scheiße eigentlich wollte ich ja leute kaputt schrottflinte das war etwas unglücklich ok warte ich komme zu dir wie du hast keine schrottflinte doch 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 aber ich bin ja am schreiben mit dem ochs achso ich liebe sie äh den den ladyboy ja hallo das name ist klitoristen ja hallo der nach drei schüssen nicht stirbt oh fuck die wollen gar nicht mehr sondern die wollen nur töten ach ma ich dachte der schlau film gehe ich noch ok ich glaube die wollen ah das hat sich angehört als ob der sich übergeben hätte ah warte hab dich ah sehr gut boah mir geht es wieder besser ey geil boah da hält er sich aber ganz lange dran auf ne ja schon ein bisschen englisch mehr könnte würde ich jetzt ein paar sachen schreiben er ist äh ein bisschen nett ein bisschen nett fernfahrer buschi ja fernfahrer buschi ha 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 und der einen hab ich ich geh den mal von hinten rollen oh ist er tot? hast du den? ja einen hab ich ja ah super wo sind die denn alle? ne ne ich sterbe immer oh oh fuck ja ja sind wir dazu ok die leute kommen erwarten jetzt oh ach du scheiße only knife and the vitor kravitz äh short dunk oh das ist ja aber fies sagste? ich glaube schon du brauchst ja nur in der ecke stellen ja die schießen aber alle zurück die halten nicht viel von messern ne ja gut ich denke mal aus unserem team ähm schießen auch ne menge oder? ja ja das wird sich schon irgendwo äh einrinken ja genau aber ich mein so haben wir ja trotzdem ne motivation um zu messern oder nicht so bloß nicht stehen bleiben granate oha uuhh noch ein oh tot wenn er links in den gang reinläuft da sind zwei stücken einer kommt der dagegen mhm den hab ich hat zwar mit ehigkehälften gedauert aber ansonsten ein locker easy das volle locker easy map wievieler tickets sind das eigentlich? das ist eine gute frage ich hab nachher den genommen mit dem geilsten ping ich merke gerade dass diese shotguns auf distanz oh eigentlich nicht so gut sind und äh ammo ist auch eher so um mangelware so ein bisserle munition wäre jetzt ganz ganz cool du musst auch sterben oh fuck oh ja sauber da kommt noch einer oh fuck ah ne schlimmes die wird bestimmt immer in einer reinkommen nein jetzt haben wir wieder ammo das ist manchmal gut ne die weder beleben sind richtig geil die haben meist nur 20 hp meint er dich was der antaris die ist äh weiß ich grad nicht entcheaten nice sheet on you ah ich glaub das war der der ganz am anfang schon gestorben ist ja genau ah ok ja könnte schon sein dass der ein bisschen angepisst ist bissle bissle angepisst bissle schlecht und angepisst oha no sheets on me i shit on you naja war ich zu lange um da zu schreien oh da ist er noch hu sauber da wünscht man sich da fast man hätte jetzt eine normale Waffe irgendwie ja aber aber trotzdem nicht schlecht wird denn zwei so mhm oh da kommst du so ein bisschen so vor als würde ich gleich so Schussröden brauchen du musst auch mal ein bisschen da näher dran so ne ja jawoll ich hab duckbill was ist das was hast du duckbill ist das irgendwie ne krankheit oder ach so ich werd's mir mal an anschauen jetzt im menü anilor an zaris mögen die aber alle nicht oder ja der hat sich wahrscheinlich schon unbeliebt gemacht sehr gut erfolgreich so was wollte ich jetzt äh duckbill 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 ergeblich hatte ich 100% äh leben gesundheit ja ist ok ja verringert verringert die normale Höhenstreuung der Schüsse und begrenzt die Streuung somit eine flach horizontale Linie ach so ach so ach so nehm ich's mal also streue ich mit ach du scheiße kennst du das ja 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 aber das ist glaube ich nicht so gut weil das ähm so für diejenigen ist die nicht äh ziel können ach sehr gut ne ne was macht der denn da will der nicht wieder überlegen das kreisele auf dem Männchen kriegste schon ne aber stimmt schon das ist irgendwie voll das Ei ja ich glaub da gehen die meisten Schüsse eh rechts und links vorbei wahrscheinlich ok Waffe anpassen duckbill wieder weg Standardlauf Beitritt aber nett das mal gehabt zu haben da ist Hacker FF Pio mein Gott ich hab jeden anderen Hacker ich hab gerade die Schüsse gebracht hat so campen und schroten das so ne geile kommt total geil du bist auch gar nicht gehasst oder so aber campen tun eigentlich nur die Holländer oder? so ich hab einfach an der da lag einer vor mir das wäre geil na die schießen halt auf mich oh nein ich dachte ich könnte man den Sturmsoldaten raushängen lassen und einfach rein stürmen war aber nix von hinten da war doch noch einer hinten ach krass der war alle tot schon ich wär ne relber raus da ist noch einer da ist noch einer oha mit dem seine Granate hat mich gekillnt dann macht auch schon wieder jemand Werbung für meinen Stream war sehr gut ach guck mal auch der Antares wieder ach guck mal 100 Tickets sind das ne? ja ja sehr gut genau geil oha oha ne wie viel Kills hab ich gemacht? 12 ja immerhin 12 für die Schrotflinte ein Duckbill freigeschaltet ausgezeichnet und ich wusste bis vorhin gar nicht was das ist aber gut wenn ihr mehr so kurze schnelle Runden wollt mit irgendwelchen supergeilen Waffen dann schreibt die ruhig mal in die Kommentare und dann kann man ja so ne Runde mal wieder machen ansonsten bis im nächsten Video tschüss 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 tschüss